In Amerika wartete ein Mann auf mich. Robert. Warum hast du nie ein Wort davon gesagt, dass du einen autobiografischen Roman geschrieben hast? Paul, ist doch alles nur Fiktion. Ja und das Kind ist auch Fiktion. Sie fand die Liebe ihres Lebens, aber heiratete einen anderen. Das ist das, was du sagst. Es trifft sogar doch nie zu. Robert. Liebe und Zufall. Unser Schweizer Film der Woche. Was ist denn dein Wunsch, Tod? Spurlos verschwinden. 20.15 Uhr auf S1.